Kevin Kostner geht auf Tuchfühlung mit Country-Sängerin Jewel. Die beiden sind sich in der Karibik offenbar sehr nahe gekommen. Seine Scheidung von Christine Baumgartner, 49, machte dieses Jahr unzählige Schlagzeilen. Mitte September einigten sich Kevin Kostner, 68, und seine Ex-Frau nach einem Rosenkrieg vor Gericht. Ist der Schauspieler nun bereit für eine neue Dame an seiner Seite? Wie das US-Promiportal TMZ berichtet, befindet sich Kostner aktuell für eine Tennisspendenaktion auf Neckar Island, eine der britischen Jungferninseln, wo er nun mit der Country-Sängerin Jewel, 49, angebandelt haben soll. Sie saß auf seinem Schoß. Fotos zeigen, wie die beiden auf Tuchfühlung gehen. Jewel nahm auf dem Schoß des Schauspielers Platz, der seine Hände fest um ihre Taille legte, während sie mit Mikrofon in der Hand eine Rede vor den Teilnehmern der Veranstaltung hielt. Die Tennisspendenaktion ist von der Inspiring Children Foundation organisiert worden, die Jewel gegründet hat. Kostner war als Gast anwesend. Laut TMZ sollen die beiden mehr als eine Woche gemeinsam in der Karibik verbracht haben. Was los? Sie haben geflirtet und wenn sie zusammen sind, funkt es bei beiden. Ein anderer Insider fügte hinzu, dass die beiden versucht hätten, diskret zu sein. Aber jeder, der sie sah, konnte erkennen, dass da etwas vor sich ging. Jewel ist ebenfalls Single. Jewel Kircher ist eine US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin. Sie brachte schon mehr als 13 Alben heraus und verkaufte über 30 Millionen Tonträger. 1999 war sie neben Skeet Ulrich, 53, und Tobi McGuire. 48, in Wer mit dem Teufel reitet zu sehen. 2021 gewann sie die US-amerikanische Version von The Masked Singer. Auch Jewel soll aktuell Single sein. Von 2008 bis 2014 war sie mit Rodeo Star T.Y. Murray, 54, verheiratet, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Kevin Kostner und Christine Baumgartner heirateten 2004 und bekamen die Kinder Caden, 16, Hayes, 14, und Grace, 13.